Überall, wo ich hinschaue, sehe ich Herzen. Herzen für euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monaco Deluxe und heute habe ich wieder ein Geschwimmspiel für euch. Nämlich, ja klar, Oktoberfest steht vor der Tür. Auf der Theresienwiese wird gebaut und restauriert und bei den einen oder anderen Wiesenfels sieht es genauso ähnlich im Kleiderschrank aus. Dann wird geguckt, ob es dir noch passt, ob die Lederhosen sauber ist und, und, und. Um euch das ganz bisschen zu erleichtern, haben wir wunderbare Wiesenaccessoires von Alpenflüstern für euch. Also, wie immer, Hammer Gewinnspiel. Ich zeige euch mal kurz, was wir für euch haben. Drei wunderschöne Pakete. Einmal haben wir eins mit pink, pinke Tasche, Haarschmuck und Schal. Ja, dann haben wir noch eine schwarze Tasche mit türkisen Schal und dunklem Haarschmuck und für die Männer haben wir einen Trachtenhut mit Federn, einen schönen sportlichen Schal, eine Schalivari und Ansteckpinz. Ja, und gewinnen könnt ihr eines der drei Pakete ganz einfach. Klickt hier auf die kleine Krone, abonniert Monaco Deluxe, bekommt nicht nur tolle weitere Gewinnspiele und Videos von uns, sondern eben auch eines der drei Pakete. Wir wünschen euch alle ganz, ganz viel Glück. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können.